So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist jetzt hier heute der 9.12., also der Samstag, während des Fangkunst-Events Typ Eis, nehme ich das jetzt hier auf. Es ist 13.30 Uhr, wenn wir hier in die Umgebung gucken, sehen wir auch überall Arktip und Schnäppke. Das waren ja die besonderen Pokémon, die vermehrt spawnen, wo man eine Forschung hatte, eine befristete Forschung zur Fangkunst mit 10 Kapiteln, wo man am Ende immer ein Frigometri rausbekommen hat. Es gab auch Feldforschungen mit Frigometri. Ich habe versucht, einfach nur schnell diese 10 Kapitel zu machen. Dank dem Alex, guck wie mein Buddy heißt, dank dem 27 Alex 1992, Grüße gehen raus, habe ich aber nicht nur die befristete normale Forschung, sondern eine zweite Forschung auch mit 10 Kapiteln dazu bekommen. Er hat für 2,49 Euro, ist das ja bei uns, dieses Ticket für diesen Tag gekauft. So, da habe ich zweimal diese 10 Kapitel, konnte insgesamt also 40, also 80 Begegnungen mit Frigometri erhalten, wollte dann gucken, habe ich vielleicht einen Hunderter bekommen, habe ich vielleicht einen Shiny bekommen, was ist so drin. Es waren viele Aufgaben dabei, mit zum Beispiel fange Arctip 10 Stück und fange 10 Schnäppke oder fange 5 von beiden und lande 5 großartige Würfe hintereinander, lande einen fabelhaften Wurf, lande einen fabelhaften Curve. Also waren viele coole Sachen dabei, gerade die 10. Seite hatte die besten Aufgaben. Jetzt habe ich gedacht, ich bin ja jetzt schon fertig, wir wollen auch gleich nochmal auf den Weihnachtsmarkt nach Suhl heute. Gestern waren wir nämlich in Erfurt und weil das Muttertier da ist, muss man da eben alles machen, also dann gibt es da Chili-Bratwurst. Und deswegen möchte ich die restlichen Sachen jetzt kurz mal hier im Video abholen, um zu gucken, was da noch drin ist. 11, 80, ich nehme jetzt extra auch mal die blauen Bälle. Ich warte, bis er in der Mitte ist wieder und dann schieße ich einfach drauf. Boah, dann werfen wir uns jetzt durch die letzten paar Encounter, die wir hier haben. Hier wäre der einfach fabelhafte Wurf gewesen, aber es ist noch nicht mal drin geblieben. Es ist einfach immer noch da. Man muss ja nicht auf einfach fabelhaft gehen, wir wollen ja einfach nur kurz, dass das Ding drin bleibt. Und mal schauen, ob vielleicht jetzt live im Video noch ein Shiny dabei wäre. Das wäre nämlich richtig cool. Wieso gehen die denn jetzt immer zu nach links? Die ganze Zeit, als ich die Belohnungen abgeholt hatte, war das Ding eigentlich immer in der Mitte. Du hast geworfen, hast gefangen, fertig. Jetzt muss ich hier immer 5 Jahre warten, weil es plötzlich nach links geht. Liegt vielleicht am blauen Ball. So, und es ist drin. Endbelohnung von der 10 vom oberen. Okay. Ihr kennt mittlerweile ja vielleicht sogar den 100er-Wert, was das Frigometri erreicht. Und wenn wir jetzt diese zweite 10er-Packung hier abgeholt haben, möchte ich euch mal alle Frigometri zeigen, die wir haben, die heute gefangen wurden. Was das Beste ist, was das Schlechteste ist, ob es ein Shiny gab oder auch nicht. Ach komm, dann schmeiße ich den Ball halt jetzt einfach hier rüber. Sehe, dass du nicht drin bist. Hab dich jetzt aber zurück in der Mitte und werf direkt drauf. Und? Hat nicht, doch, hat geklappt. Was will denn jetzt das Petzny? Wieso schiebt es mich denn jetzt hier auf die Feldforschung? Ich möchte im Heute-Tab bleiben. Das ist wichtig. Holen das noch ab. 11.62. Wieder einfach fabelhaft. Also ich finde, bei dem konnte man recht gut einfach fabelhaft treffen. Ihr seht hier auch, befristete Forschung, Event-Feldforschung, wilde Event-Pokémon, zweimal EP für gute, großartige, fabelhafte und Curveball-Würfe. Das war Fangkunst-Event. Es gab ja das vom Thema Kampf schon. Das ist das mit dem Thema Eis. Ist eigentlich ganz cool, ist ganz nett. Von 10 bis 20 Uhr hat man da Zeit. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir mal hier durchscrollen. Ich musste vieles schon wieder wegschmeißen, weil mein Beutel schon wieder voll war, obwohl ich schon wieder eine Pokémon-Erweiterung gekauft habe. Von 650 auf 700, obwohl ich die ganze Zeit Items eigentlich machen möchte. Zwischendurch ist auch ein Ei aufgegangen. Da war hier dieses Togepi drin. Aber ansonsten sehe ich erst schon mal hier... Oh, da ist ein Shiny dabei. 11,77, ein Shiny-Frigo-Metri. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch die normale gekommen wäre oder dank dem Ticket, dass hier das Shiny-Frigo-Metri dabei ist. Das können wir ja jetzt einfach auch mal Alex nennen oder so. 27, Alex, 1992, das schneide ich mir aus, packe ich jetzt hier hin. Das kriegt einen Ehrenplatz, weil das Gefühl trotzdem durch das Ticket kam. Gehen wir weiter mal hier runter, wo der Anfang war. Ich habe ja gestern auch einen Sacrum-Raid gemacht. Also eigentlich habe ich den heute gemacht, aber ihr seht das Video von den Sacrum-Raid kriegt ihr direkt am Samstag. Das andere kriegt ihr am Sonntag. Da habe ich euch auch gefragt, was ich machen soll. Alle Sonderbonbons, die ich habe, hier reinstecken. Damit wir dieses 98er mal hochziehen können. Auf Level 40 zumindest mit den Sonderbonbons. Oder ob ich einfach die ganze Woche, wo Sacrum da ist, Sacrum raiden soll. Mit den freien Pässen. Aber das reicht ja eigentlich so, wie es ist und ich möchte andere Medaillen pushen. Ansonsten haben wir dann heute hochge... Äh, hochge... Haben wir angefangen und haben hier alles... Was wollte ich überhaupt gerade sagen? Wir haben hier auf jeden Fall angefangen, haben die ganzen Frigometri hier eingetütet. Mit 1173, 1162. Man braucht also über 1170. Wir haben 1174, 68, 57, 1199. Da brauchst du eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Hast einfach schon hier relativ weit vorn aus den ersten Kapiteln ein 100% Frigometri bekommen aus der Funk-Kunst. Auch dieses möchte ich jetzt Alex nennen, weil gefühlt habe ich durch ihn jetzt eben das Shiny bekommen und das 100er bekommen. Und das ist cool. Das freut mich, wirklich. Kleines, chilliges Event für zwischendurch. 100% durch. Alles so. Und das Free-to-Play, ne? Obwohl natürlich... Man kann ja gar nicht sagen, der Account ist Free-to-Play, wenn andere die ganze Zeit dort Tickets kaufen und giften. Hier ist nochmal ein 96er drin mit 1190. Hier ist nochmal ein 98er mit 1196. Also gerade Sachen, die aus Feldforschungen kommen oder eben aus diesen Spezialforschungen, die bewerte ich gerne. Da werde ich immer gerne überrascht. Bei den wilden Pokémon habe ich schon gar keinen Bock immer zu gucken, was da so dabei ist. Am Ende des Tages gibst du mal vier Sternchen ein und guckst, na, ist wieder ein 100er dabei. Ah, ist unnütz. Schickst es doch weg. Hast einfach keinen Beutelplatz. Oder bei Pokémon, die ich richtig cool finde, da gucke ich vielleicht direkt immer mal nach. Ob das gerade gute IV hat oder eben nicht. Und dann gibt es eben auch diese Sachen aus Feldforschungen oder anders, wo man direkt bewertet, wo man direkt nachschauen will einfach, was es damit auf sich hat. Hier, das war die letzte Phase, wo ich für das zehnte Kapitel fangen musste. Da sind noch ein paar andere Pokémon mit drin geblieben. Noch ein paar Arktipp und Schnäppchen natürlich. So, weiter. Aber mein Beutel ist eh gleich voll wieder. In Suhl möchte ich natürlich auch wieder meinen Gottschal laufen lassen. Das sieht cool aus mit 0015. Und da ich ja Beutelplatz brauche, muss ich jetzt schnell eben das Video noch aufnehmen. Es ist nochmal ein 98er dabei, auch mit 1196. Ja, muss mein Beutel jetzt noch ein bisschen ausmisten, bevor wir losgehen, damit ich auf dem Suhler Weihnachtsmarkt auch noch ein bisschen das Gottschal laufen lassen kann. Vielleicht ist dann ja noch ein Shiny Arktipp dabei oder ein Shiny Schnäppke. Vielleicht irgendwas ganz anderes. Vielleicht irgendein Hunderter von einem Pokémon. Was wir vielleicht dann wieder verschicken, weil wir es einfach gar nicht brauchen. Insgesamt müssten das jetzt 80 Frigometri sein, beziehungsweise müsste ich zwei auch aus der Feldforschung haben. Hier steht 81. Dann ist vielleicht eins, was ich aus der Feldforschung mit Schnellfangtrick, ist nicht im Beutel geblieben, sondern ist in den Queststabel verschwunden. Ein anderes habe ich gefangen. So habt ihr genau 80 Stück aus der Quest. Und eins eben aus der Feldforschung. 100% dabei. Shiny dabei. Was will man mehr? Das war mein Fangkunst-Event. Danke nochmal an den Alex. Aus Zeitgründen konnte ich jetzt nicht großartig was machen, aber dachte es reicht. Ich zeige jetzt die Ausbeute einfach, die wir gerade hier haben. Und ja, würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie war euer Fangkunst-Event? Schreibt mal eure Ausbeute rein. Habt ihr ein Shiny Frigometri bekommen? Wie findet ihr das Pokémon überhaupt? Man kann es ja nicht entwickeln. Macht glaube ich auch nichts damit. Auf jeden Fall keine Raids. GBL habe ich wieder keinen Plan. Das müsstet ihr sagen. Aber ja. Wenn der Alex keins bekommen hat und sagt, er braucht ein Shiny, dann kann er sich gerne bei mir melden, weil es durch sein Ticket gekommen ist, würde ich ihm das abgeben. Sobald wir beste Freunde sind, kann er sich das sozusagen bei mir abholen. Es ist durch sein Ticket gekommen. Also ist es meinetwegen auch jetzt sein Shiny, weil ich sammle die jetzt nicht mehr. Auf dem Free-to-Play keine Shiny sammeln. Alex, wenn du das möchtest, wenn du das Shiny brauchst und selber keins gekriegt hast, kannst du gerne meins haben, wenn es soweit ist und wir beste Freunde sind. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.